Es ist mir eine Freude und zugleich eine Ehre, in dem Lande zu sprechen, in welchem meine Wissenschaft, die theoretische Physik, geboren ist. Das ist Ihr zweiter Besuch in England, Herr Professor? Das ist mein zweiter Besuch in England, der erste unmittelbar nach dem Krieg. Das ist der erste Besuch in Nottingham, jedenfalls. Ja, das ist das erste. Ja, ich glaube, das ist genügend. Danke.